Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Merlin Play Stone Block 2. Ja, weiter geht's in unserem Untergrundhäuschen. Und heute werden wir uns wieder mal ein bisschen mit Extreme Crafting beschäftigen. Denn da haben wir noch einige Quests offen. Das erste, was wir mal machen, wir holen uns die letzte Singularity. Denn die müsste fertig sein. Genau da ist sie drinnen. Die Flags Singularity, die holen wir uns da raus. Speichern sie kurz mal ein. Genau, und dann haben wir alle einmal gecraftet. So, und dann schauen wir auch kurz mal, wie es weitergeht. Erstmal holen wir uns den Erfolg ab. Juhu, ein Torch Launcher. Nice. Genau, und dann als nächster brauchen wir den Infinity Katalyst. Die Infinityen gehen wir ja schon durch die Kühe, aber den Katalyst haben wir noch nicht gemacht. Ja, und ihr seht schon, der braucht einiges an Stuff. Deswegen, wie hat das jetzt geheißen? Infinity Katalyst. Genau, da ist er. Und, ja, ihr seht es selber. Da braucht man wirklich einiges an Stuff. Wir brauchen auf jeden Fall Block of Enderium, Block of Steel und Block of Dark Steel. Die drei sollten eigentlich kein Problem sein, hoffe ich jetzt einmal. Also Enderium einmal Steel und dann war, glaube ich, noch mal Dark Steel. Genau, schauen wir noch mal kurz nach. Steel und Dark Steel. Genau, das passt schon mal wunderbar. Dann brauchen wir eine Diamond Lettice, ein Crystal Matrix in Gert. Die sollte man eigentlich beide auch haben, jawohl. Dann das Crystal Teil. Genau, da haben wir es. Ah, ich habe kurz wieder meine Aussätze gehabt. Pile of Neutron, Neutron Nugget und Neutronium Inget. Ist auch kein Problem. Eins davon, eins davon, eins davon. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen, okay, das lassen wir jetzt einmal kurz aus. Genau, wir brauchen diese vier Items. Und die sind jetzt ein bisschen krasser. Gut, das ist noch okay. Das glaube ich habe ich sogar schon gemacht, oder? Schauen wir mal kurz. Genau, die habe ich schon gemacht. Das ist einfach nur ein Musikdisk. Ich zeige einmal kurz, wie ich die jetzt durchgecraftet habe. Wir haben quasi eine Musikdisk gecraftet. Einfach aus einem Blank Record. Aus Essenzen. Black Dye. Skeleton und Creeper Essence. Und das kann man dann zerlegen in Rekordfragmente. Genau, ich weiß gar nicht, habe ich die schon eingespeichert? Ja, aber sonst hätte ich wahrscheinlich nicht 64 Stück. Genau, und dann schauen wir nochmal gleich weiter. Cosmic Meatballs. Und das ist ein Extreme Crafting Rezept. Da brauchen wir wieder Pile of Neutron. Und dann Beef, Chicken, Porkchop, Rabbit. Ah, ob ich mir das merken kann. Ich denke, wahrscheinlich nicht. Aber probieren kann ich es auf jeden Fall mal. Wieso hat er mir jetzt bloß ein Beef gegeben? Eine Frechheit. Das gehört verboten. Genau, dann gehen wir kurz zum Extreme Crafting Table. Da, wieder der typische Leck. Ich weiß nicht, an was das liegt. Immer einmal... Kann man das da nicht reinschiften? Aber wir haben ja schon gesehen, dass er so geht. Dann rezeptieren wir das ja so rein. Da habe ich zu viel Porkchop. Auch okay. Aber das Tablet dabei, brauche ich gar nicht mehr hinlaufen. Und ja, also dieses Essen ist so krank. Es braucht ein bisschen EMC. Aber wenn ich nicht die automatische Fütterung... Apropos automatische Fütterung. Wenn ich die nicht hätte, dann wäre das definitiv sinnvoll, dass wir die essen. 400 Sättigungskeulen. Wie krank ist das? Also das ist schon wirklich heftig. Aber ja, wie gesagt, dann funktioniert die automatische Fütterung nicht. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Dann brauchen wir die Enderperl. Dafür brauchen wir auch wieder... Netherstar, Neutronium-Enget, Enderperl. Weiß gar nicht. Was war das für ein Teil, das wir wieder craften? Endestperl. Kann die irgendwas? Ich denke mal nicht. Egal, wir haben sie gecraftet. Genau, da hat er mir den falschen Enget wieder rausgezogen. Und dann haben wir die Endestperl auch geschafft. Genau, was fehlt uns denn dann noch? Dann fehlt uns... Die haben wir alle. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir, genau. Und dann kommt was krasses. Auch wieder so ein krasses Essen. Aber 150.000 Mal so viel EMC. Oder 100... Ich bin nicht doof. 150 Mal so viel EMC. Und hier haben wir einiges an Items gebraucht. Der Meatloaf. Das ist einmal richtig doof zu machen. Quasi nichts anderes als den Seed kaufen im Market. Den Seed hochzüchten. Das habe ich euch einmal erspart. Ihr habt das schon mal im Voraus gemacht. Sprich, ich ziehe mir jetzt kurz die ganzen Items raus, die ich brauche. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt einmal alles zusammengesammelt. Und ja, das ist so viel Zeug, dass ich sogar mein Inventar ausleeren muss. Denn sonst werde ich da nicht froh, leider. Äh, das ist einmal alles, was wir für diese erste krasse Stew brauchen. Also, das ist anders heftig. Ihr habt ewig gebraucht, bis ich das zusammengeformt habe. Aber ihr kriegt es im Schnelldurchlauf. Jawohl. 150.000 EMC-Zick-Hunger-Kollen. 400 unglaubliche Sättigungskollen. Ist es krass. Es ist einfach nur krass. Und wir haben das gelernt. Und wir haben auch damit wieder das nächste fertig. Genau, wir haben die ganzen Singularity rausgeholt. Und dann können wir das einfach nur noch so durchcraften. Wir haben den Infinity-Katalysten. Genau, der hat uns ja gefehlt. Und das war eine Riesenaufgabe offscreen. Hat jetzt gar nicht viel ausgeschaut. Aber ja, war es. Und der hat auch, ja, ein kleines bisschen EMC. Der brauchen wir jetzt allerdings nicht. Die Frage ist... Der schaut bestimmt genial aus, wenn man den irgendwo hin platziert. Ah, der Epic Bacon, den haben wir am Anfang bekommen. Den würde ich jetzt nicht austauschen. Aber ich würde sagen, wir machen das da über den Eingang jeweils. Ja, ja, das schaut gut aus. Ich denke, das können wir uns einfach. Auch wenn es sau teuer ist, der Spaß. Ja, so viel wollte ich jetzt gar nicht. Ja, aber es geht mit Leichtigkeit. Ihr habt das selber gesehen. Ich kann auch einen ganzen Stack rausziehen. Jawohl. Und dann haben wir wieder zwei große Items. Die uns richtig aufgehalten haben. Genau, denn erst wenn wir diese jetzt hier claimen, dann bekommen wir auch die Infinity Ingot Quest. Und da haben wir auch schon wieder tausend Stück zusammen. Jawohl. Und die nächste große Quest. The Fury of the Universe in the palm of your hand. Nice. Und jetzt können wir die krassesten Items machen. Also, ja, kann man so sagen, die krasseste Rüstung und Waffen vom ganzen Spiel. Dafür müssen wir uns wieder einiges zusammensuchen. Schauen wir mal kurz. Ich weiß gar nicht, ist das unter Extreme oder ist das unter Avarizia? Okay, so unter Avarizia. Ich denke mal, was müssen wir denn alles machen? Einmal die Rüstung, die Pickaxe, Schwert, Schaufel und Axt. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Ich will direkt einmal schauen. Pickaxe, Schaufel. Welches Schwert war jetzt das? Auf der Kosmos, glaube ich. Genau, das hat sieben Attack Damage, das hat Infinity Attack Damage. Ja, und eine kleine Menge an EMC. Alter Schwede, ist das krass. Okay, dann schauen wir mal, was brauchen wir denn im Großen und Ganzen dafür. Infinity und Neutronium Ingots und die Jam Boots. Okay. Okay, eigentlich immer das Gleiche. Dann würde ich sagen, machen wir uns einmal diese Rüstung. Und die Infinity, Neutronium ziehen wir nicht da raus. Da haben wir eigentlich alles da drinnen. Wir haben die drei, oder die drei sind es, vier Jam Rüstungsteile. Okay, dann brauchen wir jede Menge Infinity Ingots. Und Neutronium Ingots. Ja, und da ist es gut, dass wir die Farm gebaut haben, denn die haben keinen EMC Wert. Da wären wir jetzt wirklich da gestanden. Genau, einen Infinity Katalyst haben wir noch gebraucht. Ja, her damit. Und dann gehen wir wieder da her und craften uns die Rüstung. Genau, einmal die Boots. Einmal die Hose. Das ist ein bisschen strange. Wurde ich das vergessen? Wieso fehlt da genauer ein Inget? Das passt zu einem Symmetrie-Fanatiker wie mir gar nicht. Warum fehlt da der Inget? Fehlt er bei den anderen Rezepten auch? Nein. 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 Hm. Strange. Absolut komische Sache. Ja, und wir haben die Rüstung. Da muss ich rein. Einmal die. Ah ja, okay, da steht ja nochmal was dabei. Wenn man die Boots anzieht, kann man vier Blöcke hoch springen, extrem schnell laufen. Und wenn man es mit der Brustplatte anzieht, ist der Flugmodus noch schneller. Die Leggings. Okay, ich kann nicht mehr brennen. Bin feuergeschützt. Okay, es zählen keine schädlichen Stati mehr. Genau, okay, da kann man noch schneller fliegen. Man muss nicht mehr essen. Ja, geil. Ich muss nicht mehr essen. Ist das nice. Und das darf ich nicht reinschiften. Ist das krank. Absolut geil. Dann ziehen wir die aus und ziehen wir die an. Dann schauen wir mal kurz. Nein, nein, nein. Definitiv ganz klares Nein. Nein. Falsche Seite. Jawohl. Der Bad hängt unten noch ein bisschen raus. Den sieht man noch ein kleines bisschen. Ah, krasse Augen. Nice. Und Flug. Ja, geil. Renderer Queer ist open. Was habe ich denn jetzt schon wieder gedrückt? Ja, nice. Wenn man fliegt, dann bekommt man auch noch. Aber nur von vorne. Von hinten nicht. Komisch. Naja. Okay. Aber wir haben jetzt die krasseste Rüstung im Spiel. Jetzt brauchen wir da fast einen Stand. Haben wir denn einen Armour-Stand? Denn die andere Rüstung war ein kleines bisschen zu teuer. Als dass ich es jetzt einfach wegschmeiß. Oder ins System reinschmeiß. Oder wie auch immer. Die Frage. Natürlich doof, dass wir da keine Symmetrie haben. Ich würde sagen, ich stelle die da her. Und dann machen wir da. Können wir die duplizieren? Bisschen teuer wahrscheinlich. Egal. Egal was soll der Geiz. Machen wir uns einfach zwei Stück davon. Kostet ja nur die Welt. Und dann stellen wir uns das da nochmal auf. Nice. Genau. Dann machen wir da einmal. Also ich denke mir gerade, wieso bin ich so langsam? Müssen wir zweimal klicken. Einmal zum Anziehen. Einmal zum... Jawohl, jawohl. Es ist an. Hä? Was soll der Mist? Wieso schaut der zur Seite? Ja, was soll... Okay. Das ist ein bisschen komisch. Das ist absolut komisch. Bin gespannt, wie sich die jetzt verhält. Genau, weil die steht ja gerade zu mir. Die andere Rüstung ist ja auch gerade. Kann man durchschauen. Krass. Zack. Und zack. Und... Aber die schaut gerade aus. Schade. Kann man nicht mit aufsetzen. Egal. Schmeißen wir es da ins System. Das ist ein bisschen doof, dass die zur Seite schaut. Aber naja. Okay. Da hängen wir uns jetzt nicht auf drauf. Ich würde sagen, wir haben ja noch eine weitere Quest. Beziehungsweise die Quest geht ja noch weiter. Wir brauchen noch die Pickaxe. Da brauchen wir dieses Crystal Matrix Block. Den Planet Ida. Da brauchen wir einen Infinity Block. Was war das jetzt? Die Axt? Okay. Und da brauchen wir einen Katalysten wieder. Okay. Das haben wir alles im Inventar. Sprich, wir müssen uns nur noch mal einen Infinity Block machen. Und einen Crystal Matrix Block. Genau. Das ist der Block, auf dem ich gerade drauf gestanden bin. Aber den baue ich jetzt natürlich nicht ab. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich auch noch genügend im Inventar, das ausreicht. Ich denke, das werden wir gleich sehen. Wir brauchen einmal eine Axt. Nature's Ruin. Einen Planet Ida. Dann den World Breaker mit Fortune X. Krass, das habe ich bei den anderen gar nicht geschaut. Haben die auch so krasse Verzauberung? Nein, haben sie nicht. Und das krasseste Schwert überhaupt. Okay, da brauchen wir vier Crystal Matrix Ingot. An denen soll es jetzt wirklich nicht scheitern. Zwei, drei, vier. Und wir haben das nächste Kapitel fertig. Genial. Genial. Ja, die Kapitel, die fallen wie die Fliegen. Können wir direkt einmal schauen, was da noch dort steht. Oh, da steht viel. Da steht viel. Da müssen wir kurz warten, bis der ganze Müll wieder weg ist. Beziehungsweise schmeißen wir jetzt einfach mal da alles da rein. Ja, dann können wir jetzt eigentlich auch mal da rein. Schmeißen. Ja, die gehen ja nicht. Gehen ja. Und dann schauen wir mal kurz, was im Questbook da drin steht. So die einzelnen Items. Nature's Ruin. Ja, krank. Shift-Rechts-Klick. Baut alle Holzblöcke ab. In einem 26x26 Bereich. Rund um den Spieler. Und macht aus jedem Grass Block einen Dirt Block. Okay, die muss ich sofort aus dem Inventar nehmen. Ich habe keinen Bock, dass man die die komplette Base ruiniert. Wäre schön, wenn wir das jetzt irgendwo draußen ausprobieren könnten. Aber leider gibt es ja keinen draußen. Wenn man die Schaufel Shift-Rechts klickt, dann wird es zum Destroyer. Okay, und dann wird es dauern, bis man den einen Block bricht. Und dann baut die einen 16x16x9 Block ab. Ist das krank? Ist das krank? Okay, das Infinity, das Sword of the Cosmos hat Infinity Damage. Das haben wir schon gesehen. Und da Shift-Rechts-Klick, wenn man sie in der Hand hält. Geht es in den Hammer-Mode. Und auch wieder hier wird ein Würfel aus 16x16x9 Blöcken abgebaut. Die würde ich aber doch gerne mal probieren. Ganz ehrlich, das probieren wir jetzt aus. Wenn wir schon die krassesten Items überhaupt haben. Dann gehen wir doch mal in die Mining der Menschen. Und schauen, was wir da so erreichen können damit. Bin ich da bitte hoch? Genau, wir haben da oben noch das Desaster von dem Chance Cube Opening. Und da können wir jetzt einmal ein bisschen aufräumen. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Erde. Beziehungsweise erst einmal müssen wir uns da ein bisschen Platz verschaffen, oder? Ich denke schon. Okay, da funktioniert es wie ein normaler Pick-Ex. Genau, das ist ja dort gestanden. Da bitte noch ein Block. Genau, Shift-Rechts-Klick. Ah ja, und jetzt ist der Hammer-Mode. Ja, krank. Ja, krank. Hä? Wieso hat es jetzt anders funktioniert? Keine Ahnung. Habe ich von oben drauf klickt? Das kann natürlich sein. Ja, aber dann können wir... Was ist denn das? Used to deconstruct. Der haut das da alles in die Blöcke rein. Und das kann ich jetzt da ins Zapplet reinschmeißen? Was mache ich denn jetzt damit? Ah, okay. Jede Menge Sauerei. Okay, dann würde ich sagen, wir haben aber dann noch zum Glück ein paar mehr Items, die da rumschweben. Deswegen können wir eigentlich mal probieren. Ah ja, okay. Wirklich so. Shift-Rechts-Klick und alles um einen rum wird einfach abgebaut. Absolut genial. Zack. Und weg. Mal ist es da, ran into a problem. Das ist aber schön. Okay, und das wird auch wieder in diesen Meta-Cluster gespeichert. Das finde ich absolut genial. Dann haben wir noch den Planet Ither. Ja, krass. Ja, mit den Items kann man definitiv arbeiten. Da macht das Ganze einen Sinn. Absolut genial. Okay, und dann haben wir noch das Schwert. Da haben wir einen freundlichen Gast. Ja, okay. Infinity Damage. Da müssen wir jetzt eigentlich fast. Ja, da habe ich mir gedacht, killen wir doch einfach den Chaos, oder das Chaos-Chicken mit dem Infinity-Schwert. Dann habe ich das Ganze angefangen aufzunehmen. Habe das, ja, einmal mit dem Infinity-Schwert geklatscht. Habe das nochmal geklatscht. Es ist nichts passiert. Es kam immer die Meldung, dieses Schwert heilt. Das tötet nicht. Keine Ahnung. Anscheinend soll das so sein. Das Problem war allerdings dann, das Chaos-Chicken war dann verpackt und war nicht mehr kaputt machbar. Also egal, was ich gemacht habe mit dem Draconic Bow, mit dem Staff of Power, egal mit was ich diesen Chaos-Chicken versucht habe, wehzutun. Es hat nicht funktioniert. Die einzige Möglichkeit, die ich wirklich zum Schluss hatte, war Kill at E. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das soll. Erstens einmal, warum ein Schwert das Infinity-Attack-Damage hat, das Chaos-Chicken heilt, anstatt dass es besiegt. Verstehe ich nicht. Egal, okay, ist vielleicht so. Aber warum dann das Chaos-Chicken so dermaßen verpackt ist, dass es unbesiegbar ist, das habe ich wirklich nicht verstanden. Entweder das war ein ungewollter Bug oder es ist generell im Pack so verpackt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen, naja, okay. Aber die Rüstung ist geil. Also da macht man wirklich gar keinen Schaden mehr. Dieses Chaos-Chicken auch nicht. Ich hätte es gern gezeigt, aber das war eigentlich nur eine große Aneinanderreihe von Flüchen und Geschimpfe. Und zum Schluss dann Kill at E. Was ich herausgefunden habe, wenn ich... Das ist ganz nice. Slash Kill mache, wo ich mich selbst töten würde. Dann steht da, ich habe mich getötet, aber die Rüstung verhindert das. Also nicht einmal der Kill-Befehl kann mich jetzt noch umbringen. Ich bin wirklich unbesiegbar, aber habe ein Schwert, das heilt anstatt tötet. Egal. Wir haben auf jeden Fall die nächste Quest-Seite wieder fertig. Und ich denke, das schreit danach, dass wir wieder in den Rahmen der Quests reingehen. Wo haben wir es denn? Extreme Crafting. Die nächste Seite ist komplett grün. Genau. Draconic Evolution haben wir auch schon. Das, ja... Okay. Da auch verpackt. Ich weiß nicht. Also bis jetzt hatte ich keine Probleme. Und jetzt in den letzten Zügen, also am Ende... Ja, da kommen mir doch so ein paar Sachen auf, die mich im Kopf schütteln lassen. Aber ja. Gut. Das geht sowieso nicht. Das holen wir uns dann einfach mit dem Buch. Und dann haben wir eigentlich nur noch... Na, kann ich durch das Wasser durchschauen. Äh, durch... Strange. Egal. Ähm, jetzt haben wir eigentlich nur noch ein großes Projekt und das ist Project E. Und da haben wir noch zwei Aufgaben. Ja, oder beziehungsweise eigentlich ist... Ja, drei kleinere Aufgaben. Das ist... Ja, das ist eine Kleinigkeit. Und dann haben wir noch die Aufgabe. Genau. Aber das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ja, es tut mir wirklich leid mit diesem... Ich wollte heute nochmal das Chaos schicken, gemeinsam klatschen, nochmal den geilen Sound anhören. Aber leider soll es so nicht sein. Das war verpackt. Shit happens. Was soll's. Ich freue mich trotzdem wieder auf die nächste Folge. Ich hoffe ihr auch. Wie immer bitte der Wunsch, äh, gerne abonnieren, bewerten, kommentieren. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.